So, eine letzte Runde für heute. Sonntagvormittag. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Ein kleines Stückchen haben wir noch vor uns. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich für uns auch nicht so gut. Ähm... Ähm... Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich bin jetzt heute mal so gut. Ich bin ein bisschen defensiv, mein Freund. Ich bin jetzt schon gut. Ich bin jetzt schon gut gestorben. 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 Danke. Jetzt kommt sie, also sie hat auch ein Timing, das ist ein Traum. Ich will ihn tragen, nimm die Stücke hier weg. Ich brauch die Leiche, warum geht das nicht? Ich will ihn tragen. Ich komm zu spät. Danke. Wollen wir hier ein Feuer machen? Wollen wir hier? Wollen wir hier? Jetzt noch ein bisschen. Ich würde mir gerne eine neue Rüstung bauen. Dann gehen wir erstmal kurz sichern. Mal gucken, wie die Knochen... Wir haben sogar eine Rüstung, warum haben wir die nicht angelegt? So, wo sind die anderen Knochen? Was brauchen wir noch? Seile und Klebeband. Ich glaube vorne am Ufer lang noch ein paar Seile, die haben wir vorhin gar nicht eingesammelt. Das werden wir dann mal gleich noch nachholen. Was fehlt? Das ist ein bisschen doof, dass man das immer erst wieder auf und zu machen muss. Naja, ein bisschen geschützter sind wir doch jetzt schon mal wieder. Wir sammeln jetzt mal noch die Seile ein. Oder wir schlafen erstmal und sammeln dann die Seile ein. Wahrscheinlich auch wieder hoch am Durst haben. Kerwin ist immer noch fleißig und sammelt. Wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so haben. Einmal was zu trinken. Wir haben wirklich echt viel. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen was abnehmen. Abnehmen. So, es könnte dann jetzt mal wieder regnen. Jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Müssen wir uns mal anders hinsetzen. So. Seile sammeln wollte ich noch. So. 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 Wir haben keine Stücke mehr, auch jetzt. Es war nur so, Freunde, die Tasche haben wir gar nicht gesehen. Das stimmt, weil wir da vorhin ja noch die Speere draus gemacht haben. Wir haben die Bögel auf dem Lachen und die Bögel auf dem Lachen. Daher ist es gut. Wir haben die Bögel auf dem Lachen und der Bögel auf dem Lachen. Wir haben die Bögel auf dem Lachen. Kupfer Ach, Mädchen. Ja, klar, das ist richtig schlau. Franziska... ... ... ... ... ... Ja! Kupfer Kaffee Zähne Ja, da liegt nur einer, den holen wir uns mal noch. Ich bin ja auch dumm. Voll, immer Rüstung voll war. Ich sag's vorhin noch. So, kann er nochmal ein paar Stücke sammeln? Sehr gut. Dann haben wir die Taschenlampe, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay. Okay. Das war's für heute. Dann ist jetzt hier mal wieder ein Stück nach vorne. Ist ja ein bisschen zu nah dran. Das war's für heute. So, erstmal die Kiste hier aus dem Weg. Ach, dieses Möwen-Gekreischen. Das war's für heute. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Steine, damit wir hier diesen... Jetzt fühlen wir hier keinen, ne? Das war's für heute. 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 Jetzt kriege ich nochmal ein paar Steine ein, die Calvin hier so fleißig gesammelt hat. Okay. Gut. Gut. Ich wollte noch irgendwas und hab's jetzt vergessen. Achso, die Tasche öffnen. Eine Feder. Ach, ich glaub, da können wir irgendwann mal Pfeile mitmachen. Aber das ist jetzt, glaub ich, auch unsere erste Feder, die wir gefunden haben. Okay. Wir schauen nochmal. Feder-Feder? Ja. Das ist unsere erste Feder. Okay. Schön, 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 schön. Vielleicht sollten wir die dann vorne auf unsere Feder stecken. zur Abschleckung. Schorflinte haben wir leider noch nicht. Gut. So. Dann, denke ich, reicht das für Sonntagfrüh. Ureinwohnermäßig war's heute relativ ruhig. Ein, zwei hätte ich mir noch gewünscht, ausnahmsweise mal. Einfach irgendwie da ein bisschen, äh, naja, unsere Rüstung noch, äh, zu verstärken. Aber, ist ja zum Schluss bloß eine Frage der Zeit, die werden sich schon wieder blicken lassen. Okay. So, beim nächsten Mal werden wir dann unseren, unsere Verstärkung da zu Ende bauen. Das war jetzt ja nicht mehr viel, wir waren ja fast am Ende. Und dann, vielleicht mal die nächste Höhle besuchen. Mal gucken, was wir so an Munition haben. Wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn, äh, unsere Freundin dann nochmal wieder auftaucht, damit wir die Waffe nochmal abnehmen können. Weil, so zuverlässig bei uns ist sie ja bis jetzt zumindest noch nicht. Einige Sachen haben wir wirklich viel. Oh. Diese Haken haben wir auch ziemlich viele. Ähm, da unten liegt auch noch so ein Haken. Können wir da bestimmt auch noch mit hier drüben dann hinpacken. Hier liegen auch noch Glühbirnen, da lag doch auch nur eine Glühbirne, oder? Die können wir bestimmt auch noch hier mit hinpacken. Schauen wir mal. Na, ob ich das jetzt hier hinlegen will. Na gut. So, dann speichern wir jetzt nochmal. Und dann aber war's das wirklich für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Noch einen entspannten freien Tag, hoffentlich, dass ihr frei habt. Und dann, äh, einen guten Start in die neue Woche. Ich weiß noch nicht genau wann und wie die Woche, aber wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.